Schwedisch, günstig und schon zusammengebaut. Mieten Sie den Volvo XC60 ab 39 Euro pro Tag. Bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Meine schönste Parade? 1 gegen 1 Situation gegen Pascal Pietsch im Hinspiel gegen Bergmann 85. Der beste Fußballer der Welt ist? Leo Messi. Der beste Trader? Mirko Pedersen. Meine Lieblingstrainigseinheit? Donnerstags auf dem Rasen Torwarttraining mit meinem Torwarttrainer. Vor der Kamera Fragen zu beantworten ist für mich? Unangenehm. Meine Freunde, meine Mannschaftskollegen nennen mich auch? Rocky. Der gefährlichste Stürmer der Liga? Pascal Pietsch. Amateurfußball bedeutet für mich? Fast mein ganzes Leben. Meine Lieblingsmannschaft bei FIFA ist? FC Barcelona. Mein größter Traum ist? Einmal dem OZ Pokal zu gewinnen. Teuer wird's nur, wenn Sie falsch parken. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 pro Tag. Bei Starcar. Der günstig gelben Autovermietung. Deine Frau, der wird's nur vermitteln. Der günstig gelben Autovermietung. Der günstig gelben Autovermietung. Der günstig gelben Autovermietung. Der günstig gelben Autovermietung. Vielen Dank.